hehehehehe foi zieh mich ab Aahhh Ich habe heut überhaupt keinen bock auf die ganzen kinder am besten wäre es wenn alle krank wären aber mal sehen guten Petrit setz dich sofort auf der platz Du setz dich sofort auf den platz Petrit Petrit Wieso habe ich eigentlich eine Brille auf? Ich sehe gar nichts dadurch Guten Morgen, liebe Kinder Was machst du denn? Warum bist du da hinten? Komm wieder zurück, Kinder Bist du zu Hause geblüht? Was hast du verdient, Petrit? So, Kinder Ich will jetzt einen guten Morgen von euch hören Guten Morgen, liebe Kinder Guten Morgen Ah, du bist ein feiner Schüler Wo sind Ja, du bist auch fein Wo sind denn eigentlich die ganzen anderen? Wo sind denn eure Mitschüler hin? Die hätten keinen Bock auf die Was haben die? Die sind im Supermarkt Weißnadeln für ihren Mitkaufen So, gut Ihr wisst, wir haben jetzt Musik Und ihr solltet bis heute Ja klar haben wir Musik, ihr wisst das auch Habt ihr es euch irgendwann nicht in euer Hausaufgabenheft eingetragen? Ich habe gar keine Hausaufgaben gemacht Ich habe dieses Messer von Mama bekommen Ich sehe kein Messer Au, Petrit, setz dich sofort hin und nimm das Messer weg Aber die sind lecker So, ihr solltet bis heute ein Lied auswendig lernen Ja, und ich würde sagen, der Felix, der liebe Rotpilz Kommt mal nach vorne Und trägt sein Lied vor Ach, du dummes Kind Macht's doch einfach Dann komm hier auf den Tisch Los Petrit, setz dich hin jetzt Petrit Jetzt ist meine Zeit zu glänzen Jetzt ist meine Zeit Und jetzt verstand sie mir nicht Das ist der Moment, an dem meine Karriere ist Okay Ihr seid einfach beide richtig dumm Felix, du fängst jetzt bitte an mit deinem Lied Das war wunderschön Gut, du kannst aufhören Du kannst aufhören Das reicht, das reicht Das war wunderschön Du bekommst von mir eine Eins Das ist egal, du bekommst eine Eins Du bist mein Lieblingsschüler Setz dich wieder auf deinen Platz So, Petrit, du kommst bitte nach vorn Petrit, komm bitte nach vorn Petrit, komm nach vorn Petrit Dein Lied Sofort Jetzt fang an Petrit, geh aus dem Game-Mode Okay, okay, okay Felix, setz dich auf deinen Platz Petrit, fang an Du hast doch eine Million von KSV vorbereitet Das reicht, jetzt reicht's Irgendwann reicht's So Ihr zwei kommt jetzt mit Musikunterricht ist beendet Ihr kommt jetzt beide mit Hey Wer war das? Wer war das? Ich wollte es singen Okay, ihr kommt jetzt mit Musikunterricht ist beendet Kommt mit Kommt mit Kommt mit Kommt mit Kommt mit Kommt mit Wenn ihr stehen bleibt Gebt's auf den Kopf Kommt mit 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 Kommt mal runter Ey, Finger weg Finger weg Finger weg Ihr kommt jetzt mit Kommt mit Jetzt ist Kampfunterricht angesagt Warte Gott Ich liebe Kämpfen Felix So Kampfunterricht ist angesagt Liebe Kinder Okay Und zwar haben wir hier oben ja unseren neuen Ring Da geht ihr jetzt mal beide drauf Petrit, du gehst da jetzt drauf Petrit Ab auf den Ring Petrit und Felix Ihr geht jetzt auf den Ring So, passt auf Ich zähle jetzt von 3 bis 0 runter Und bei 0 Müsst ihr euch versuchen runterzuschlagen Wer zuerst runterfällt Der stört Okay, Leute Kinder, seid ihr bereit? 3 2 1 Los Oh, oh Petrit Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ach, Felix Du warst schon immer mein Lieblingsschüler Weißt du was? Kommt doch mal her Kommt doch mal her Ja, genau Nein Nein Du hast gesagt, damals im Sommercamp Ja, genau so Wo du mir gesagt hast Ich soll mich hier so mal kommen Oh, was ist denn nett passiert? Du hast gesagt, ich soll mich als erstes nackig machen Ja Ich hab's dem Rektor nicht gesagt Ja, du bist ein Weißt du auch warum Ich hab's dem Rektor nicht gesagt Warum denn? Weil sie auch was sagen wollen Hey Petrit Petrit Kinder, kommt her Kommt zurück Wenn ich euch in die Finger kriege Wenn ich euch in die Finger kriege Wenn ich euch in die Finger kriege Jetzt kommt der Lehrer Jetzt kommt der Lehrer Mit seiner Brille Jetzt kommt der Lehrer Mit seiner Brille Wo bist du? Bist du hier? Hinter dir Hä? Wo seid ihr hin? Komm her Komm her Wo seid ihr hin? Komm her Komm her Links Platz Wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Du wirst uns niemals finden. Ich werde euch finden. Ich werde euch finden. Und wenn ich euch gefunden habe... Wir können uns zwei Minuten strecken und zwei Mal davon schalten. Werbung! 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 So, ihr könnt mich mal... Jetzt kommt der liebe Mo. Jetzt kommt der liebe Mo. Jetzt kommt der liebe Mo. Der kann nämlich fliegen. Mo, weißt du, Mo, weißt du, warum wir das machen? Wir wollen nur, damit alle Leute mehr von SK's Unity Media Werbung sehen können. Also bitte, bitte lasst uns dieses Video strecken. Hallo! Du hast gecheatet. Du bist ein Game Mode. Du bist am cheat. Du bist am cheat. Guck mal, ich schlage euch die ganze Zeit mit einem Magazin. Easy. Easy. Mo, warum nicht? Du wirst mich nicht finden. Nein, ich will dich gar nicht finden. Hier liegt nur ein Erdeblock unten. Wo bist du? Wo bist du? Ich hab gekackt. Hallo! Niemand! So, setzt euch bitte hin, Kinder. Nein. Petrit. Was für eine Stimme? Bist du in den Stimmborgen gekannt? Petrit? Ja. Hä? Gut, ich hab eine Brille auf, ich seh einfach nix dadurch, weil die von meiner Mutter ist und die hat, glaub ich, Sehbehinderung minus 80 Milliarden. Würde ich fangen? Papa fangen? So. Ich fange. So, Kinder, passt auf. Wir haben jetzt Matheunterricht. Euer Lieblingsfach. Wer die Aufgabe zuerst löst, der stirbt. Drei. Jetzt ist es wie erst gelöst. Das war ziemlich einfach. Oh. Du Baller. Das war das behindert, Alter. Oh mein Gott. Du warst ziemlich einfach auszutrickst, du kleiner Normalbahner. Ey, Kinder. Okay. Felix, du darfst dich wehren. Felix, du darfst dich wehren. Felix, du darfst dich wehren. Hilfe bitte, Hilfe. Ich ruhe mich. Oha. Oha, Petrit, reh durch. Petrit, reh durch. Ich ruhe mich. Ich muss die Polizei rufen. Ich muss die Polizei rufen. Ich muss die Polizei rufen. Professor Maus? Ja? Können Sie nicht mehr M9 Munition? Nein, komm mal mit, kleiner. Komm mal. Komm bitte mit. Komm mit. Kommst du mit? Wir gehen jetzt duschen. Geh schon mal in die Dusche. Geh schon mal in die Dusche. Wir gehen in die Dusche. Mann, du Murak, Alter. So, die Kinder. Jetzt ist Duschi Duschi angesagt. Geh in die Dusche. Ja? Ich bin hier nicht in der Schule. Ich bin im Behindertenheim. Ohne Mist. Professor Maus? Professor Maus? Ja? Geh Sie mir noch einen Good Modification Table und einen Hildenzack. Damit ich diese ganzen Bastarde hier endlich alle umbringen kann. Du Spast, Alter. So, Leute. Das war Minecraft Teacher. Folge 1, wenn ihr Bock habt, auf mehr. Daumen nach oben. Vielleicht auch mal mit Alpha Stone oder so. Ich weiß nicht. Und bei mir Felix muss töten. Ich würde sagen, tschüss, tschüss, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.